Zurück. Zurück ist ein Adverb. Zurück bedeutet wieder an den Ausgangsort, zurückzukehren. Zurück heißt auch, dass man wieder die Richtung wechselt. Zurück kann also heißen, ab einer bestimmten Stelle wieder zurückzukehren. Man kann auch zurückbleiben, also nicht so fortgeschritten und entwickelt sein. Und manchmal gibt es auch kein Zurück, also keine Möglichkeit, etwas rückgängig zu machen. Manchmal würde man gerne zurückgehen. Manchmal würde man gerne die Zeit zurückdrehen. Manchmal bedauert etwas. Aber, wie es in einem deutschen Volkslied heißt, aber der Wagen, der rollt. Wir sind Wanderer und es geht immer wieder voran. Zwar kann man auch Rückschritte machen auf dem spirituellen Weg, aber ein wirkliches Zurück gibt es nur selten.